Mündliche Diskussionen sind im Internet sehr beliebt geworden, weil man sie halt billig aufzeichnen und senden kann heutzutage und die Kontrahenten wie in einem Boxkampf direkt und unmittelbar gegeneinander antreten. Meistens gibt es aber keine ausreichend feste Struktur und Moderation. Wenn man einfach eine billige Diskussionstechnik an die andere reiht und sein Programm stur herunterspult, ist irgendwann die Zeit abgelaufen. Beide Kontrahenten betrachten sich als Gewinner und kehren zurück in die Reihen ihrer Gleichgesinnten. Bei einer schriftlichen Diskussion, die in mehreren Runden verläuft und einem vorher festgelegten Umfang, haben alle Beteiligten eigentlich mehr davon, aber dann müsste man ja halt wieder lesen und das wollen viele halt einfach nicht. Also das heißt, man hat dann zum Beispiel hier diese typische Pudding-Technik, das ist halt nach der Redewendung benannt, dass die Diskussion mit manchen Leuten so unmöglich ist wie der Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln. Das liegt daran, dass unehrliche Debattierer gar nicht genau auf konkrete Positionen festgelegt werden möchten. Wenn jemand die Fehler in ihrer Position herausarbeitet, beschweren sie sich einfach, dass sie diese Position nie oder gar nicht in dieser Form vertreten hätten. Also diese Wiesel-Taktik. Es kommt auch immer wieder vor, dass jemand unterschiedliche, sich gegenseitig widersprechende Positionen vertritt und sich dann immer auf diejenige beruft, die ihm gerade in den Kram passt. Deshalb ist es so wichtig, dass man vor einer Debatte oder zu Beginn zunächst einmal ganz verbindlich erklärt, was die Positionen des Gegners überhaupt sind. Aktivisten gegen die Covid-Eindämmungsmaßnahmen erklärten zunächst offen ihre Positionen, dass es sich um eine Fake-Pandemie handelt und einen belanglosen Virus. Als diese Position sich angesichts steigender Todeszahlen und Belegungen von Intensivbetten in Krankenhäusern immer mehr absurder anhörte, und der wenig schmeichelhafte Begriff Covid-Leugner aufkam, leugneten die Covid-Leugner plötzlich Covid geleugnet zu haben. Sie hielten die Pandemie nicht für Fake, sondern hätten doch nur gefordert, dass keine Maßnahmen irgendeinen Zwang beinhalten sollen, weil man bezweifle, dass die Toten wegen Corona gestorben seien und es ihrer Ansicht nach reichen würde, Ratschläge an ältere Menschen zu geben. Dies ist jedoch nur eine Umformulierung der ursprünglichen Position. Wenn man die Aufhebung aller Maßnahmen fordert, bedeutet dies logischerweise, dass man die Gefährlichkeit des Virus als sehr gering einschätzt. Dies bedeutet wiederum, dass man die Pandemie für Fake hält. An anderer Stelle wiederholten diese Aktivisten die ursprüngliche explizite Position, die Pandemie sei Fake. Covid-Aktivisten spielten den Ball zurück, indem sie den Vorwurf äußerten, diskriminiert zu werden für kritische Fragen. Dann die Strohmann-Technik, das heißt, das ist quasi das Gegenstück zu dieser Pudding-Technik. Also man attackiert jemanden für eine Position, die derjenige gar nicht vertreten hat oder nicht wirklich in der Form vertreten hat. Man verzerrt jemandes Position und attackiert dann diese verzerrte Version, anstatt das zu beantworten, was derjenige wirklich vertreten hat. Dann nicht falsifizierbare Positionen und Beweislastumkehr. Also dieses QAnon-Phänomen ist ein Beispiel für nicht falsifizierbare Positionen und Beweislastumkehr. Es wird also behauptet, es gäbe ein geheimes Team hinter Donald Trump, das Amerika retten und den linken Deep State verhaften wird. Eigentlich müssen die Anhänger solide Fakten auf den Tisch legen, was sie aber nicht können. Kommt es Monat für Monat nicht zu den versprochenen Ereignissen, werden immer neue Ausreden präsentiert. Q würde mehr Zeit brauchen. Der linke Deep State hätte zurückgeschlagen oder Q hätte versucht, mit Ankündigungen den Deep State zu verwirren. Es gibt keine verbindlichen akzeptierten Kriterien, bei denen die Q-Anhänger, sofern sie erfüllt werden, das Q-Theorie-Gebäude als Unsinn verwerfen würden. Also die richtig gläubigen Q-Anhänger, also die True Believer, die legen sich da gar nicht fest. Die erwägen das gar nicht, dass es irgendwelche Kriterien gibt, die dann mal erfüllt sein können, um zu beweisen, dass das dann einfach so nicht real ist. Und ja, manche, manche, die versuchen auf dieser Trendwelle zu reiten, aber lassen sich also diese Hintertür offen, ja, vielleicht stimmt es ja auch nicht und so. Das ist halt wieder so ein bisschen diese Pudding-Technik. Also man, anstatt sauber halt eben dann verschiedene Szenarien aufzuarbeiten und zu sagen, okay, hier ist das Szenario, dieses Q-Zeug ist real und dann hier das andere Szenario ist, das Q-Zeug ist nicht real. Also manche, die vermischen das halt eben und springen da so hin und her, wie sie es gerade brauchen, um sich einfach beim Publikum beliebt zu machen. Ja, dann unzulässige, begrenzende Rahmen. Also erwähnt jemand, das ist ja sowas, was so die Todsünde, die der Mainstream dauernd macht, so die Mitte immer macht, erwähnt jemand bei einem Thema, die geheimdienstliche Ebene, kann das schnell passieren, dass der Gegner diesen breiteren Rahmen nicht akzeptiert und meint, man würde keine Verschwörungstheorien debattieren. Genauso vergessen Leute die Möglichkeit, dass die drei Supermächte sich gegenseitig heimlich die Bälle zuwerfen, an der Spitze miteinander kooperieren. Oftmals werden mehrere realistische, naheliegende Szenarien gar nicht erst untersucht und erwogen, weil es sich nicht um das eine Szenario handelt, das jemand bevorzugt. Also vorhin habe ich es ja erwähnt, vielleicht ist Covid ein Problem, vielleicht ist die Covid-Pandemie ein richtiges Problem für die drei Supermächte, bringt deren Pläne durcheinander, bringt deren Zeitpläne durcheinander. Und vielleicht gibt es halt schon längst glaubhafte Drohungen gegen die drei Supermächte, hier mit weiteren Viren anzugreifen. Und vielleicht ist das halt eben ein Riesenproblem für die drei Supermächte. Aber da spricht niemand drum, sondern man versucht hier diesen künstlichen Rahmen zu stecken und von vornherein irgendwie festzulegen, dass halt die Merkel und die Supermächte halt irgendwie, oder zumindest die westliche Supermacht, dass halt die westlichen Länder halt irgendwie die Regierungen, dass sie total davon profitieren würden von Covid. Dass es denen halt total in die Hände spielt. Und man legt halt irgendeinen unsinnigen künstlichen Rahmen fest und will sich dann nur in diesem Rahmen bewegen. Dann das Rosinenpicken, also das, jemand legt sich auf eine Position fest und sucht dann nur noch Bestätigung für diese Position und man pickt sich das raus, was allein mit dem Kram passt. Haben wir auch gesehen bei Covid, ja, also, ähm, äh, leider war jetzt diesmal der Mainstream, der halt dann, äh, leider war jetzt diesmal der Mainstream, der halt da stringenter vorgegangen ist, der gesagt hat, wir müssen abwarten, wir müssen uns die ganzen Studien ansehen, äh, und was sich dann halt im Laufe der Zeit für ein Bild, größeres Bild herauskristallisiert. Ja, man kann nicht halt irgendwie dann die Studien hernehmen, die einem irgendwie da am meisten gefallen. Ähm, und das ist man einfach nicht gewohnt. Du bist es normalerweise gewohnt, dass halt dann das Establishment halt eben dann bei allem rummanipuliert und grob manipuliert. Ähm, aber man kann halt eben nicht diesen künstlichen Rahmen stecken, dass, dass die Obrigkeit immer die Unwahrheit erzählt, sondern man muss halt eben dann den breiteren Rahmen betrachten, dass die Obrigkeit dir ab und zu auch mal die Wahrheit erzählt, wenn es halt der Obrigkeit mehr nützt. Ja, das ist immer nur der Opportunismus, auf den es ankommt. Äh, dann der Doppelstandard, ja, das heißt, äh, einen Satz Regeln für dich und einen ganz anderen Satz Regeln für mich, das, denke ich, sollte bekannt sein. Ähm, und, äh, ja, und die einen, die einen lästern über die anderen und sagen, das sind, das seien dumme Verschwörungstheoretiker und die lästern dann zurück, ihr seid dumme Schlafschafe und Systemlinge und so weiter und so fort. Ähm, ja, oder bei den eigenen Positionen reichen dem unehrlichen Debattierer die dünnsten Belege, aber beim Gegner verlangt man geradezu eine unerreichbare Perfektion. Dann das Flying-Monkey-Syndrom, also damit bezeichnet man das Phänomen, dass jemand seine indoktrinierten Fans ausschickt, um den Gegner auf verschiedenen Kanälen zu belästigen, mit Pseudo-Argumenten und kaum verhüllten Beleidigungen und Drohungen. Also das ist, äh, ich glaube, ich gehe zurück auf diesen Zauberer von Orsis oder irgendeinen berühmten Roman, wo es auch so fliegende Affen gibt. Und deswegen bezeichnet man dieses, äh, dieses Syndrom als Flying-Monkeys. Äh, dann diese How-Dare-You-Taktik, also heißt nichts anderes als, du machst mich wütend, also bin ich im Recht. Ja, Empörung ist aber nur Emotionalität, keine Rationalität. Ähm, es geht meistens einfach nur in die Richtung Aggression, man will dominieren, ja, ob man jetzt Recht hat oder nicht, man will dominanter auftreten. Und, ähm, und Aggression ist halt einfach eine klassische Form, um halt irgendwie eine Dominanz auszustoßen, auszu, ähm, eine Dominanz auszudrücken. Das heißt, man will demonstrieren, ich bin gefährlich, ich könnte angreifen, physisch, so machen das ja auch Tiere. Aber das nützt einem halt nichts, wenn da eine Pandemie ist und halt dann das komplizierteste Auswirkungen hat auf unser Leben und auf die Superwächte. Ähm, also eine Debatte lässt sich schnell umlenken, auf die Frage, welche finsteren Motive der Gegenüber wohl habe. Es ist, es ist auch legitim, die Motive des Gegenübers zu hinterfragen, vor allem, wenn es halt dann, wenn man dann auf konkrete, ähm, Interessenkonflikte halt eben dann, ähm, hindeuten kann, hinweisen kann. Also wenn jemand jetzt irgendwie zehn Jahre lang oder 30 Jahre lang Russenpropaganda gemacht hat und jetzt halt eben dann so, so Covid-Agetprop macht und, ähm, Andersdenkende attackiert und halt eben dann kein Wort verliert oder so richtig über den russischen Lockdown, dann kann man schon natürlich dann über diese Motive dahinter spekulieren. Ich selbst bin gegen alle drei Supermächte und da können sie sich halt, da können sie sich irgendwelche uralten Vorträge von 2008 rauskramen, die ich gehalten habe, wo ich dann auch schon gesagt habe, vergessen sie die drei Supermächte und vergessen sie die klassischen Ideologien. Das ist so nicht gut genug, das ist alles, um die Leute zu kontrollieren. Äh, dann diese, ich will doch nur Generalisierung. Also fühlt sich jemand dann in die Ecke gedrängt in der Debatte, kann derjenige seinen Standpunkt einfach verallgemeinern und schwammel Gesetze vom Stapel lassen. Und meistens beginnt dann derjenige seinen Satz mit den Worten, ja, ich will doch nur gefolgt von frommen Wünschen und Absichten von Friede, Freude und Eierkuchen. Äh, damit will derjenige einen unangenehmen Gesprächsverlauf abwürgen und dem Gegner unterstellen, er sei gegen Friede, Freude und Eierkuchen. Ich meine, es ist legitim, wenn man hin und wieder mal erwähnt, ähm, dass man nicht aus den Augen verlieren soll, worum es einem geht, aber, ähm, man darf das halt, diese frommen Wünsche nicht überbewerten. Also das ist etwas, was ich halt immer kritisiert habe bei Anarcho-Kapitalisten. Ich selber will auch Freiheit. Ähm, ich, ähm, habe allerdings andere Vorstellungen, wie man das erreichen kann, weil dieses militärische Zeug mit reinkommt, die geheimdienstliche Ebene da mit rein muss. Und weil halt einfach dann, ähm, Anarcho-Kapitalisten zu stark argumentieren mit frommen Wünschen, ja, und halt niemand soll zu irgendwas gezwungen werden, ja. Das ist wirklich eine, eine, ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige, ja, Orientierung, aber es ist halt einfach zu simpel für diese komplizierte Welt. Und man kann das jetzt nicht so als, ähm, so als Verallgemeinerung hernehmen bei jeder einzelnen Aktion, bei jeder einzelnen, ähm, Handlung. Weil die Gegner der, also Gegner der Freiheit, wenn jetzt Leute halt irgendwelche freiheitsfeindlichen Ideologien haben, die sind genauso von sich überzeugt, die halten sich für genauso im Recht und die machen genauso Aktivismus und Agatprop ähm, und wollen Andersdenkende ausgrenzen und so weiter und so fort, aber so kommst du halt nicht weiter. Tja, das Thema wechseln, also, das kann man hundertmal in der Debatte benutzen. Also man weicht auf dem Nebenschauplatz aus und dann schlägt man hier so einen Haken und so. Dann das Luftschloss, also ein Islamist, Faschist, Kommunist kann seine jeweilige Vorstellung einer Wunschgesellschaft hernehmen als Pseudo-Argument. Da heißt es dann, in der Scharia-Gesellschaft, in der vollendeten Scharia-Gesellschaft oder im endgültigen Kommunismus wäre alles wunderbar, jedes Problem könne gelöst werden, jeder Einwand abgewehrt, selbst Anarchokapitalisten benutzen diesen Trick ständig, wenn sie von ihrer Privatrechtsgesellschaft sprechen. Aber keines von diesen Luftschlössern existiert in der Realität und diese Gruppen haben auch nicht die Fähigkeit, diese Idealgesellschaften hervorzubringen. Solche Luftschloss-Argumente sind unzulässige Pseudo-Argumente. Also man kann schon Hinweise machen, wie man sich jetzt eine Traumgesellschaft vorstellt, aber das ist jetzt nicht ein Universal-Argument. Dann die Reduktion auf Simples to Dogmen. Also ein Sozialist reduziert gern sein kompliziertes Ideologiekonstrukt auf kurze Schlagworte und Werte wie Solidarität, Teilen, Gleichheit, Gerechtigkeit. Ein Anarchokapitalist stellt das Dogma in den Mittelpunkt, dass kein Mensch von einem anderen zu etwas gezwungen werden dürfe, dieser Grundsatz dürfen nie verletzt werden und so weiter und so fort. Das denke ich, sollte bekannt sein. Dann Social Proof, jemand argumentiert, seine Position sei wahr, weil es allgemein so geglaubt wird. Autoritäts-Pseudo-Belege, jemand insinuiert richtig zu liegen, weil er mehr Publikum hat oder einen akademischen Titel oder anderweitige Autorität, das reicht aber noch nicht. dann nicht verifizierbare Qualifikationen, also jemand behauptet, die krassesten Insider-Quellen zu besitzen und so ohne einen Beleg zu liefern. und das ist ein sehr gut für den Anfassungsgeburt. Vielen Dank.